Mathe, Englisch, Deutsch, die klassischen Schulfächer sind wichtig, klar. Doch in der Schule lernt man nicht nur mit Formeln umzugehen, Fremdsprachen zu beherrschen und Aufsätze zu schreiben. Der Unterricht bereitet Schüler auch auf das Leben nach der Schule vor. Und das sind die häufigsten Fragen. Wie soll ich mit meinem Geld auskommen? Und wie funktioniert die Wirtschaft? Welcher Beruf passt zu mir? Und wie viel Geld braucht man als Familie? Zum Beispiel für Essen, Kleidung, Miete und Auto. Auf diese und andere Fragen gibt der Sparkassenschulservice schon in der Schule Antworten. Ob Vorlagen für Tafelbilder, Unterrichtseinheiten oder Planspiele. Mit den richtigen Unterlagen lässt sich der Stoff ganz einfach lernen. Der Sparkassenschulservice ist immer aktuell und orientiert sich an lehrplanrelevanten Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit dem Finanzpass des Sparkassenschulservice beispielsweise erwerben die Schüler die notwendige Kompetenz in Sachen Geld und Wirtschaft. Die Medien des Sparkassenschulservice helfen auch den Lehrern bei der interessanten Unterrichtsgestaltung. Und die Unterlagen des Sparkassenschulservice sind sogar so nachhaltig, dass die UNESCO-Kommission den gesamten Sparkassenschulservice als Bildungsmaßnahme ausgezeichnet hat.